Herzlich Willkommen zum 31. Spieltag Die letzten 4 Spieltage sind angelangt und wir starten rein mit der Freitagspartie Wolfsburg gegen Mainz Die Wolfsburger letzte Woche ja komplett untergegangen gegen die Dortmunder Mal gucken wie es dieses Wochenende ist Üben wir jetzt dieses Wochenende auch wieder sehr 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 viele geile Partien aus meiner Sicht Freitag Wolfsburg Mainz Ich tippe direkt mal Ich hau direkt mal meine Tipps raus Wenn ihr mittippen wollt Kommentiert es gerne in den Kommentaren Entweder eine Partie oder alle Partien Oder 2, 3 oder 4, 5 Ist vollkommen egal Wolfsburg Mainz sag ich Die Wölfe werden das wieder gut machen Obwohl Mainz Ne ich sag 1-2 Mainz Ich sag 1-2 Mainz Dann haben wir Leipzig gegen Union Leipzig die Mannschaft der Stunde Deswegen sage ich Leipzig gewinnt mit einem 2-1 gegen Union Berlin Union darf man nie unterschätzen Frankfurt gegen Hoffenheim Auch eine geile Partie Also wir sind jetzt Samstag 15.30 Uhr hier am Start Frankfurt gegen Hoffenheim Ja gut Frankfurt Hoffenheim Frankfurt Hoffenheim Frankfurt Hoffenheim Sag ich es wird ein 2-1 Frankfurt Freiburg Gladbach Sag ich wird ein 2-1 Freiburg Freiburg gewinnt Köln gegen Bielefeld Wird ein klares 2-0 für Köln Kreuter Fürth gegen Leverkusen Wird ein klares 0-2 für Leverkusen Bayern gegen Dortmund Das deutsche Klassico Hier Am Samstag 18.30 Uhr Die Spitzenpartie natürlich In der ganzen Arena Ich sag Boah schwer Ich sag 2-1 für die Bayern Leider Gottes Dann Bochum gegen Augsburg 0-1 1-1 Ich sag 1-1 Bochum rettet sich einen Punkt Und Hertha Gegen Sonntag Hertha gegen Stuttgart Am Sonntag Da beenden Die Herthaner Ihre Was heißt ihre Torflaute Die haben ja letzte Woche auch gewonnen Aber Was wollte ich denn sagen Ich wollte sagen Was Dass sie die nächsten 3 Punkte mitnehmen Dass sie die nächsten 3 Punkte sichern Und sie beenden den Spieltag Das wollte ich glaube ich sagen Sie beenden den Spieltag Sie beenden den Spieltag Hier am Sonntag 17.30 Und wir haben 4 Tütchen am Start Wir haben 4 Tütchen am Start Die Orakeltabelle Wird natürlich am Ende des Videos Am Start sein Und jetzt habe ich alle meine Tipps rausgehauen Und jetzt seid ihr an der Reihe Was denkt ihr Wie wird Bayern gegen Dortmund ausgehen Es wird natürlich an diesem Wochenende Auch Einzelpartien geben Ich denke mal 3 Stück vielleicht sogar Lasst euch überraschen Lasst ein Like da Und dann gehen wir rein Dann gehen wir rein In die Konferenz Und wir starten mit Dem FC Köln Und der 1. FC Köln Trifft direkt mit Doppel Aber die Frage ist Wer macht das Ist auch am Ende Das ist eigentlich vollkommen egal Hauptsache das steht 2-0 für die Kölner Und das steht 2-0 für die Kölner Dann haben wir den FC 3-0 FC 3-0 Mit dem 1-0 Gegen Borussia Mönchengladbach Und ich glaube Das könnte es vielleicht sogar ganz gut hinhaben Kevin Brunsporteng Der quasi von links magert Als neuer Teamleader Quasi nicht als Kapitän Weil Kapitän ist weiterhin Dedrick Boyata Aber so als neues Als Richtungsgeber Sag ich mal Kevin Brunsporteng Weil er halt einfach jahrelang Erfahrung hat Und der auch einfach mal auf dem Platz Laut werden kann Kevin Brunsporteng Und das ist das 1-0 Gegen den VfB Stuttgart Wichtig und richtig Dann haben wir Noah Katerbach Alter Falter Was macht die Kölner 4-0 4-0 Nach dem ersten Pack Tutta Tutta mit dem 1-0 Gegen Borussia Mönchengladbach Dann geht es weiter Eher BVB Borussia Dortmund Er zielt das Tor Gegen die Bayern Und der macht In den Köln Reus Machen Reus Mit dem 0-1 Und dann noch Konstantino Machevano Tutta Zutta Gleich in den Hertha B Den Aus Und das ist das 1-1 Dann Geht es weiter Mit Dem Gladbach Sticker Gladbach mit dem 1-1 Ausgleichstreffer Gegen die Freiburger Und das ist jetzt natürlich bitter Weil jetzt kommen Marktflecken Wenn ein Sticker Bevor der Gladbacher Sticker gekommen wäre Hätte Marktflecken pariert Aber somit pariert Marktflecken jetzt erst das nächste Tor Von Gladbach Wenn eins geschehen sollte 2-1 3-2 Comeback Qualitäten Sehen wir jetzt hier Kappa Angelo Stiller Mit dem 1-1 Gegen die Dortmund erhöhen Ich denke mal Das werden die Dortmund-Fans Jetzt sehr sehr freuen Bei 0-2 Gegen Stuttgart Also Der Bayern Ist jetzt sehr sehr geil 2-0 Emre Can Und jetzt Deswegen habe ich Stuttgart gesagt Florian Müller Das ist der Torhüter Das heißt Es bleibt ein 1-1 Aber Wenn der nächste Hertha Sticker kommt Dann aus die Maus Aber eigentlich Guck mal Wir haben 1-2-3-4 Torlose Partien Bis jetzt Hatten wir schon lange Glaube ich nicht mehr Wir gehen rein In Halbzeit 2 Wir gehen rein In Halbzeit Nummer 2 Und starten mit Robert Gammy und Giekewitz Das ist der Doppelschlag Weil es dem Sitz der Sticker ist Und das heißt Die Augsburger führen mit 0-2 Stefan Jovetic Bitte Da ist das Torhüter ist nicht das Tor Weil Florian Müller am Start ist Das steckt komplett also weiter Der 1-1-2 Der lieb Äh Lauchsen Von Biele Dann Dann kommen wir nochmal Dran Das ist Kiel Das ist Hortensein mit Hoffenheim Für Frankfurt hatte mit 0-1 Die Partie quasi begonnen Und jetzt steht es 1-2 für Hoffenheim Ingolstadt Und 96 Brauchen wir beide Sticker Nicht Letztes Pack Letztes Pack Für die Oracle Konferenz Und ich habe darüber Verstanden, dass es sehr freut mich Einfach das Auto Ohne sich das hier Ruhig zu schreiben Und genau das freut mich Es ist Santiago Das ist Kasselbar Mit dem 2-2 Führungstreffer Hier Gegen den VfB Dann haben wir Silvan Wittmer Und den ersten Treffer In der Partie Wolfsburg In der 1 Und das 0-2 Mike Zah Ja und Köln macht weiter Die Stadien zählen ja immer nur für die Heimannschaften Das heißt Wolfsburg, Leipzig, Frankfurt, Freiburg Und so weiter Nur die Heimannschaften Und das ist Das Kleinenergie-Stadien von den Kölnern Und das ist das 5-2 Somit 5-2 Schlachtet hier Köln Die Lüpfel ab Fabio Blank Du kommst Frankfurt Mit dem Doppelklag Und somit Fühlt Frankfurt wieder Frankfurt hat das 1-0 geführt Dann hat Hoffenheim gedreht Das Ganze Und jetzt steht es 3-2 Und das muss dann natürlich kommen Es muss natürlich kommen Die Lüpfel Das ist das 3-2-3 Frankfurt spielen 3-3 Mark Flecken Kommt hier weg Zack Freiburg 1-1 Gegen Blattbach Dann gewinnen die Kölner Mit 5-2 Gräuter Fürth spielt gegen Leverkusen Auch nur 0-0 Punkteteilung Die Bayern verlieren zu Hause Gegen Borussia Dortmund Mit 0-3 Bochum verliert 0-3 Und Hertha Trenzig gegen den VfB Stuttgart Mit einem 2-2 Punkteteilung Ja Kann man eigentlich nicht sagen Wer okay Hertha Hertha muss gewinnen Hertha muss gewinnen Punkt fertig aus Punkt fertig aus Und das ist machbar Gegen Stuttgart zu Hause Aus meiner Sicht Lasst ein Like Dann lasst ein Abo da Und dann sehen wir uns Möglicherweise beim nächsten Video wieder Ich bin raus Und Tschüssi Kowski Tschüssi Kowski Untertitelung des ZDF, 2020